Leute, wir haben es verfranst. Aber richtig verfranst. Wir haben gerade echt keinen Plan, wo wir sind. Wir haben vorhin, habt ihr ja gesehen, haben wir schnell das Weite gesucht, weil da stand irgendwie ein Kinderwagen oder was. Und da sind Leute mit Taschenlampen gekommen und da haben wir jetzt keinen Bock drauf gehabt. Deswegen, wir wissen gerade nicht, wo wir sind. Wir sind einfach rein in den Wald und jetzt gucken wir, dass wir hier wieder rauskommen. Also auf gut Deutsch, mag man dennoch. Lass uns mal hier links abhauen. Scheiße. Jetzt laufen wir seit 15 Minuten durch den Wald. Kacke, Alter. Also, ihr seht, wie wir jetzt hier sind. Warte, wir gehen mal hier lang. Vorne mache ich den Baum und dann sieht, wo wir uns hier aufhalten, Leute. Aber ich kann auch sein, dass wir da total falsch sind, Martin. Ich kann auch sein, dass wir hier total falsch sind. Alter, ich kann doch jetzt nichts dafür. Also, ich weiß nicht, wenn du denkst, ich hab Bock hier im Wald rumzurennen, machen wir nichts dran mehr. Alter, ich hab keine... So, ich funzt mal auf dem Boden. Geile Scheiße, Leute. Geile Scheiße, wirklich. Ich hab echt keinen Plan hier. Guck mal. Alter, wir werden immer dichter. Guck dir das Gestrüpp an, ja? Alter, ist das für ein Baum. Das sieht echt nicht gut aus. Oh, Scheiße, Leute. Oh, Scheiße, Alter. Das ist ein bisschen wieder auf den Müllplatz. Nee. Boah, ich bin hier, glaub ich. Hör auf, Alter. Das prob ich hier selber raus springen, ey. Langsam macht mir hier ein bisschen... Bisschen Sorge, Alter. Hier ist mein Baum. Scheißdreck. Echt das? Wie lang, ey. Boah, lang. Wo ist das Dreck? Hier oder da? Für Tier lang. Ist das Dreck? Hier oder da? Die oder da? Das Dreck? 2-Dreck? 1-Dreck? 4-Dreck? 2-Dreck? Ah! ich guck mal, hier oben, wo sind wir, 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 da klebt nur noch, können nur noch zurückgehen, ja, aber wohin zurück, ja, Alter, wir sind, wir sind voll, weit weg im Wald, den Scheiß ist, der Boden ist auch gefroren, wir sehen unsere Fußgarten gar nicht, Alter, Martin, meine Fresse, Marc, ich stehe jetzt hier mit dir mit so einer alten, perfekten Puppe mitten im Wald, Martin, 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 jetzt wieder einmal der drei kräumein. Vielen Dank.